Wenn Sie herausragende Köpfe suchen, ob in der Unternehmensberatung, in der Zeitarbeit oder in der Projektbeteiligung, dann sind Sie bei uns genau richtig. ABC Unternehmensgruppe Die Le Rose Stiftung feiert heute ihr 10-jähriges Jubiläum. Dazu jetzt bei mir der gesamte Vorstand der Le Rose Stiftung. Salvatore, wenn ich mit dir anfangen kann, wie bist du auf die Idee gekommen, eine Stiftung zu gründen? Das ist alles angefangen mit einem Rückreise von Sri Lanka und das hat mich ein bisschen mitgenommen, die ganze Sache. Ich wollte was Gutes machen und habe angefangen, in meiner Stadt, wo ich lebe, was zu machen. Ebenfalls bei mir Tanja Mühnecke-Hoff. Wie siehst du die letzten 10 Jahre, wenn du einmal zurückschaust? Was konnte die Stiftung alles bewegen und was waren vielleicht so deine Highlights in den letzten 10 Jahren? Wir haben mit über 220.000 Euro es ermöglicht, ganz, ganz vielen Kindern ein Lächeln zu schenken und das ist eigentlich das Highlight der Le Rose Stiftung, Kindern ein Lächeln zu schenken und Gutes für sie zu tun, denen es nicht so gut geht. Gab es da ein Projekt, was du besonders hervorheben würdest aus den letzten 10 Jahren? Ganz ehrlich, nein. Also alle Projekte sind besonders hervorzuheben und in allen Projekten können wir Kindern Gutes geben und das ist eigentlich das Highlight immer wieder zu sehen. Eine ehrliche Antwort der Kinder, indem man in ihre Augen schaut und sieht, man hat ihnen eine Freude bereiten können und das ist das Besondere und das Highlight. Gibt es jetzt für das kommende Jahr noch weitere Projekte, die aktuell geplant sind? Ja, wir machen natürlich ganz viele Veranstaltungen, wie es kommt, die Fieber, das nächstes Jahr im Mai wiederkommt, um eben halt auch Geld für die Stiftung zu sammeln und welche Institutionen wir unterstützen, ist immer davon abhängig, welche Anträge kommen zu uns. Da gibt es immer wieder ganz verschiedene und das ändert sich ja jeden Tag. Wer stellt einen Antrag und dann können wir das unterstützen. Matthias Heidkamp, was ist für dich die Motivation, in der Stiftung mitzuarbeiten? Ich finde an der Stiftung vor allem gut, dass wir so unkompliziert helfen. Wie Tanja Mündekow gerade schon gesagt hat, wir bekommen einen Antrag, wir helfen sofort, kurze Abstimmung im Vorstand und dann geht es auch schon raus. Und dieses nahe an den Kindern sein, wirklich schnell helfen zu können, ohne viel Bürokratie, das macht mir Spaß und deswegen setze ich mich hier gerne ein. Also die Lerose Stiftung feiert heute ihr zehnjähriges Jubiläum und wir wünschen weiterhin alles Gute und hoffen, dass auch in den nächsten Jahren ihr helfen könnt für die Kinder, die es benötigen. Das war's für dich.